Oh, schön, dass ihr wieder da seid. Ich bin's, euer Sly. Und, ja, oh. Ich glaube, hab ich kaputt gemacht. So, raus an Land. Noch ist es hell. Erkunden wir den ganzen Bums mal. Ich will alles gescannt haben. Ein Radar-Tower. Da oben ist auch noch jede Menge. Ja, warum? Ich hab auch immer... Batterie? Wasser? Mega, ich nehm alles. Scan? Uh, Jukebox-Platte nehm. Oh, nice! Ein Sensor? Kann ich damit irgendwas anfangen? Hallo? Nein? Okay. Ich find's cool, dass es mehr Landgänge gibt jetzt in Subnautica. Also, es gab im ersten Teil, ja... So gut wie gar nichts. Könnten Sie bitte nochmal ausbrechen? Danke. Hatte ich nicht noch Stationen gesehen? Sehr kalt. Bitte wärmen Sie mich auf. Dankeschön. Äh, ich hätte schwimmen können? Ich hätte vorhin noch irgendwo Stationen gesehen. Oh, fuck. Ah, da oben, ne? Oder ist das nur die Brücke? Oder war hier oben was? Ist das ein Bereich, an dem ich hoch kann? Von hier seh ich bestimmt mehr. Hat das Spiel vorgesehen, dass ich hoch kann? Never ever. Ist der Sly trotzdem oben? Aber hallo. Kommt ein Schneesturm und vermiest mir die Sicht? Aber hallo! Sehr ein Geysir. Bitte erobieren Sie noch ein bisschen weiter. Mir ist kalt. Sie dumm ist Ars. Okay, gehen wir zum nächsten. Uh, da ist eine Kiste. Das ist sehr schön. Hm, führe ich mich gleich wieder aufruhen. Das ist Quarz, nehm ich. Schnee? Will ich den? Nein. Ich will alles. Äh, Schneeball will ich nicht mehr. Wo ist mein Schneeball? Kann ich die nicht einfach droppen? Ballen lassen. Diese Schneebälle, ne? Dass die einfach nicht schmelzen oder so ein Shit. Das verstehe ich wieder nicht. So, ich will da glaube ich rüber. Da oben ist wieder so ein Turm. Ja, hier komme ich nicht rauf. Geysir zu Sly? Heute nicht. Ja, er dachte sich wirklich, ne? Alter Arsch. Ja, ist okay. Immer wenn man mal ran will. So ist das mit den Dinger. So. Da will ich hoch. Okay, darüber. Alles klar. Können Sie bitte noch mal erobieren. Mir ist kühl. Hallo, heiße Spalte. Na, muss ich erst Barry White abspielen? Oder was? Hmm, let the music play. I just wanna dance a night away. Hmm, right here, right here. Hallo, zu Schneecken. Ja, hilft nicht. Okay, wenn selbst Barry White... Mein Gott, immer diese Verzögerung. Wenn selbst Barry White nicht hilft, dann weiß ich auch nicht mehr was. Okay, aber Barry White hat geholfen. Wie geht's jetzt in Schneecken? So. Nice. Sind wir doch hier oben. Ging schön zweideutig. So muss das. Barry White ist aber auch... Oh mein Gott. Ist ein hervorragender Sänger. Leider ist er tot. Aber... Hmm. Diese Stimme von dem Jungen. So anders von dieser Welt. Okay, jetzt bin ich hier. Und nun? Oh. Zerbrochene Hydraulikpatrone. Wie baue ich die denn? Habe ich die jetzt hier drinne? Hydraulikpatrone. Gelsack. Holy fuck. Da muss ich aber ein ganz anderes Biom wieder für hin. Ich habe noch nicht mal Gelsäcke gefunden. Wo war hier die Spalte? Es ist unter Umständen kalt. Mit Röstels. Hallo. Ah, da. Guten Abend, Slime. Et mir ein Torte. Ein wunderschön. Oh mein Gott. Du hast geradet. Ich habe es gar nicht mitbekommen. Vielen lieben Dank dafür. Wie geht es euch? Ich sehe das jetzt gerade erst. Ölstand prüfen. Warum? Wie prüfe ich denn den Ölstand? Da ist Forschung. Wie geht es dir? Was habt ihr schon das gespielt? Na toll. Jetzt muss ich hier auch... So ein Betrieb wird Hydraulikpatrone benötigt. Ah, die muss hier reingesteckt werden. Alles klar. Okay, wir haben zumindest eine neue Aufgabe. Wir wissen schon, was wir hier tun können. Jetzt weiß ich noch nicht, ob ich hier im Dunkeln noch weiter rumlaufen will oder nicht. Du musst... Let's get it on sing. Ich wünschte, ich könnte es. Kann ich aber nicht. So gut kann ich. Es kam kein Sound. Tatsächlich nicht. Darum habe ich jetzt auch gar nicht erst im ersten Moment mitbekommen. Oh, Titan. Ich mag diese neuen Spalten. Die haben sie wunderbar gemacht. Auch, dass ich es einfach Spalte legal nennen darf. Nee, super. Die Vorlage ist schon immer... All-Terror-Facility-Beacon-Detected-Nearby. Unique-Identifier. Fire-Robotics-Center. Oh, nice. Oh, nice. Wir können doch noch weiter. Oh, nice. Äh, ja. Hab ich tatsächlich beides nie gespielt. Bin ich ehrlich. Äh. Daher kann ich gar nicht mitreden. Ich hab nur gehört, I.D.S. And I.S. And I.S. Soll eigentlich ganz geil sein. Landeplatz von Robotic Pie. Okay. Okay. Gibt es hier irgendwo Spalten? Holy fuck. Oh, 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 oh. Das sind die guten Früchte. Das sind die guten Früchte. Her damit mit den Feuerschoten. Direkt reinschieben. Mmh. Peperoni 200 Grad. Ja, ich verschwende Platz für Taschenlampe. Weil die Taschenlampe auch sehr lange hell. Holy fuck. Danke. Oh mein Gott, was bist du? Ein Speer, Pinguin. New Technology Acquired. Das ist super. Ich hab noch keine Ahnung, was das für Dinger sind. Die tun mir weh, oder? Irgendwas kann ich hier scannen. Was bist du denn? Eisschiff? Ende war das Sidenz komisch von Alienware Slashen. Uh, okay. Eisschiff ist eine große Pflanze, die Schneestücke entlang ihres dicken roten Stiel sammelt. Schnee besteht zu 90% aus Luft und kann als Isolierung dienen. Ah, kluge Pflanze, die die Bildung von Eisgestern empfindlich in einem Baum verhindert. Die Oberfläche Schnee herrscht schließlich zu einer Eisschicht aus. Uh, ich mag das, was sie hier mal einbauen. Also die ganze Story und so weiter haben sie in dem Spiel echt gut hinbekommen. So. Ein, genau, jetzt weiß ich auch, wie ich in diese Mini-Höhlen komme. Ich muss den Speer-Pinguin da reinschicken. So, was haben wir jetzt hier? Äh, die Speer-Pinguine schaffen so viele neue Forschungsmöglichkeiten. Sie sind perfekt, um enge Räume zu gründen, in die ich mich nicht einquetschen kann. Kleine Hohlräume, in denen viele Rostoten versteckt werden. Die Pinguine können zwar nicht viel tragen, dafür bieten sie aber den Vorteil, dass sie Tiere für gewöhnlich ignorieren. Meine kleinen Roboter-Fordern sind einfach zu niedlich, um nicht zerstört zu werden. Geil, also ja, ich, oh, Subnautica und Erkunden, ne? Oh, ich liebe es. Bin mal Lurk, ich wünsche dir auch einen wundervollen Abend, Erdbeeren-Torte. Ähm, danke für den Raid, hat mich sehr darüber freut. Ich bin gerade im Live-Leads-Vay, ich versuche, also weil ich jetzt gerade aufnehme, trotzdem das Spiel noch ein bisschen voranzubringen. Ich danke dir auf jeden Fall der Eiskorb, also, das kann ich einsammeln? Der Jodgehalt ist nützlich für chemische Anwendung. Dann nehme ich diese Pflanze definitiv. Tut sie verrotten? Nein, sie tut nicht direkt verrotten. Nice. Ich habe sie noch nicht gescannt, aber... Holy fuck, wer ist das hier? Mit diesem Laden so auseinanderluten. Schnee nehmen? Ne. Oh, ja, 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 jetzt kann ich sie scannen. Du brauchst wenigstens, dann battle doch ein bisschen. Vielleicht gibt es hier jemanden im Chat... Oh, ich brauche keine Taschenlampe mehr. Vielleicht gibt es hier jemanden im Chat, der dir ein bisschen gnädig ist. Und dir ein bisschen Bene sponsert. Hm. Ey, dieser riesige Ort, ey. Weißt du, ist es nicht schlimm genug, dass du... Du kannst ja jetzt nicht unter Wasser gucken. Nein, wir haben jetzt auch noch Land hinzugepackt. Nice. Oh, Spalte mit Zitaren. What the fuck? Oh, mein Gott, ich kann hier... Oh, okay, hier ist der Biegen. Signalboje. Und hier ist so Wasser. Und ich denke so, ja, nice. Oh, was bist du denn? Du bist Eiskorb. Ja, das ist Eis. Oh, das ist gar kein Wasser. Ich habe schon Häuser da vorne gesehen. Die will ich natürlich auch erkunden. Aber, mir ist gerade sehr kalt, liebe Freunde. Daher... Ist das hier warm? Nein, hier regnet es aber runter. Hier ist es warm, oder? Hier ist es etwas wärmer. Hier ist es etwas wärmer. Nee, Ausrufezeiten. Es steht weiter unten in den Panels. Da könnt ihr sehen. Gift. Nicht mit Gift wie geschenkt, sondern das englische Wort geben. Ist der Befehl dafür. So, what the fuck ist das hier alles? Auch dieser Hagelregen, ne? Oh, der macht einfach so viel vom Spiel für mich aus. Oh, bitte lass das Diamanten sein. Scheiße, das sind wieder nur Titanquellen. Ich hoffe immer noch, dass ich irgendwann auf eine Diamantquelle komme oder so. Genau, du hast 1560 Benes an Etienne gegeben, Safti. Vielen Dank. Äh, ja, ich werde hier einen kurzen Abstecher machen, denn ich habe das hier gesehen. Und Titan kann erstmal gehen, denn wir haben wichtige Dinge. Erstmal ein bisschen Nahrung, damit ich nicht erfriere. Im Zweifelsfall kann ich mir nämlich immer von uns Schoten reindrücken. Und jetzt, wo auch der Wind aufhört. Oh ja, klar. Seht ihr das? Ich, ich, ich habe da eine riesen Halle, die ich eigentlich erkunden will. Aber das Spiel zwingt mich doch schon förmlich zu, hier die anderen Dinge zu erkunden. Oh Mann, ey. Wieso tust du das mit mir? Ich bin doch Lootgeil. Da kannst du mir doch jetzt noch eine neue... Oh Gott. Ich werde alles erforschen heute. Ich werde einfach alles und jeden erforschen. Wie hübsch das ist. Wie der Schnee hier so runterschmelzt. Schon in ja, Mensch. Abend. Wie geht's dir, Junge? Immer erst die Interessanten zuerst, dann den Rest. Nein! Ich bin da wie ein Eichhörntier. Das funktioniert nicht. Da kann ich auch noch alles lang gehen. Warum? Wieso gebt ihr mir jetzt noch Land zu erkunden? Apropos Land zu erkunden. Mir geht's nicht so gut, ne? Etwas kalt. Wie gut, dass ich eine Chili-Schote mit habe. Ja, ja, ja. Ich geh ja schon. Ich geh ja schon. Ich hab Chili-Schoten, alles ist gut. Ist nur ein bisschen kalt. Ich geh ja jetzt schon rein. Das Spiel zwingt mich ja, die äußere Umgebungstemperatur erstmal zu ignorieren. Und, äh, in wärmere Gebiete. Runde Unterkühlung. Wir arbeiten hier dran. Weil wir genug zusammen... Achso. Ja, du kriegst übrigens gleich dann den Venus natürlich logischweise wieder fürs Redeemen. Fragment einer Seefuchs-Schweberampe? Oh, das war dieser... So sieht das doch schon wieder viel besser aus. Vielen lieben Dank für den Resubscribe. 14 Monate! Dankeschön. Entschuldigung. Vielen lieben Dank. Okay, Schneefuchs war, glaube ich, der Hover-Gleiter, oder? Die Schweberampe dient... Hier mit ihren zwei Gelenkarm der schnellen Montage-Reparatur von Schneefüchsen. Das Aufladen geschieht durch Umwandlung von magnetischen und thermischen Energie. Häufig sieht sie für Landgestütze Optionen bei niedrigen bis mittleren Schwerkraft eingesetzt. Nice! Und wieder haben wir neue Sachen. Was mir fehlt, Laserschneider, Speer-Pinguin. Den werde ich mir auf jeden Fall noch bauen. Da freue ich mich drauf. Quantenkiste haben wir schon festgestellt. Kamen mir Sachen hin- und herporten. Ja, Tauchflasche mit Ultra-Kapazität. Da warte ich noch drauf, dass ich welche finde. Schneefuchstrampe haben wir jetzt. Und das Hochbeet. Und ich habe immer noch keinen festen Ort für eigentlich eine neue Basis, die ich irgendwo aufbauen möchte oder so. Haben wir noch nicht. Und ich denke so, ja! Och nee, ernsthaft? Ist die Folge schon wieder vorbei? 15 Minuten gehen auch so schnell, liebe Leute. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut. Und erst dann. Ciao.